Heute kommt er in die Kinos, der Bader-Meinhof-Komplex. Ein Film, der endlich den Mythos RAF zerstören wird. Denn die RAF, das waren nicht nur coole Revolutionäre und viele Bomben. Nein, nein, der Film zeigt uns jetzt die geschminkte Wahrheit. Denn die RAF, das waren vielmehr coole Revolutionäre, Bomben und ganz schön viel Geballer. Das Ganze wurde übrigens produziert von Bernd Eichinger, der schon für Meisterwerke wie Ballermann 6, das Supervibe oder die TV-Version von Charlies Tante verantwortlich war. Ist doch ganz klar, dass wir von extra 3 diesen neuen, tiefgründigen Blick auf die RAF-Jahre nur befürworten können und bei John Fricke und Till Penzek schon einige RAF-Merchandise-Artikel in Auftrag gegeben haben. Jetzt im Kino. Der Bader-Meinhof-Komplex. Nach dem Stefan-Aust-Bestseller. Mit Moritz Bleibtreu in seiner bisher coolsten Rolle. Und jetzt zum Filmstart kannst du endlich selbst wie Andreas Bader sein. Mit der coolen Andreas Bader-Actionfigur. Stirb, du elender Faschist! Hey, du siehst ja genauso aus wie Moritz Bleibtreu. Oh, danke sehr. Und für Mädchen gibt es Gudrun Enssling. Gudrun kann in viele verschiedene Rollen schlüpfen. In der Stadt wird sie zur Undercover-Gudrun. Oder schick sie ins PLO-Ausbildungscamp. Dort bereitest du dich gründlich auf die marxistische und sexuelle Revolution vor. Du willst noch mehr Action? Dann hol dir das Game zum Film. Jetzt fightest du gegen die fiesen Bullenschweine. Gut reagiert Andreas. Der Kampf gegen das Bourgeois-System wird nie langweilig. Mit dem riesigen Arsenal an supercoolen Waffen. Nimm das Start! Du bist noch zu klein für den Film und für Action-Spiele? Möchtest aber trotzdem beim RAF-Hype mitmachen? Kein Problem! Mit der Bader-Meinhof-Zeichentrickserie. Verschiedene originelle Trickfilmfiguren wurden speziell entwickelt, um die RAF-Mitglieder so zu zeigen, wie sie wirklich waren. In Bader-Meinhof-Komplex 4Kids erlebst du alles von den spannenden Anfängen bis hin zum überraschenden Ende. Komm in die Welt von Andi, Kalle und Goodie. Hol dir den Bader-Meinhof-Komplex nur echt von Stefan Aust. Ja, die super Goodie hier und die super Bader-Puppe mit Waffe, aber ohne Porsche in der Originalverpackung gibt es jetzt exklusiv bei uns. Und zwar für Sie, liebe Zuschauer. Gehen Sie einfach mal ins Internet auf unsere Seite x3.de und überlegen Sie sich einen ganz besonderen Grund, warum ausgerechnet Sie diese Puppen hier verdient hätten. Ja, und diesmal gilt es, die 236 Blogeinträge unserer weggegangenen Platzvergang-T-Shirt-Aktion letztens zu schlagen. Also, liebe Zuschauer, das müssen Sie schaffen. Dankeschön.